Der GT1000 vom Laufschuhgigant Essex ist seit Jahren ein beliebtes Einsteigermodell und hat sich auch als Zweitschuh eine Fangemeinde erworben. Und auch in seiner neuesten, in der dritten Version, glänzt er als solider Allrounder auf unterschiedlichen Streckenlängen. Für den nötigen Grip und eine bessere Abtriebfestigkeit setzt Essex auf seine bewährte Außensohlentechnologie. Auch die Guidance Line darf nicht fehlen. Sie führt dich in der Abrollbewegung zum idealen Abdruckpunkt. Für ein komfortables Laufgefühl stattet Essex den Schuh mit seinen Geldämpfungselementen im Vorfuß und im Fersenbereich aus. Diese sind in die neu gestaltete Mittelsohle integriert. Daraus ergibt sich ein hoher Tragekomfort, den du auf härteren und festeren Untergründen bestens genießen kannst. Die bewährte Duomax Pronationsstütze schützt dich in der Abrollbewegung vor zu starkem Einknicken nach innen. Das Obermaterial aus Meshgewebe passt sich nicht nur deinem Fuß an, sondern sorgt mit seiner Atmungsaktivität auch für ein gutes Fußklima. Wieder mal eine gute Kombination aus Dämpfung, Stabilität und Komfort. Der Essex GT1000 von Essex in der dritten Variante. Ihr könnt den Schuh natürlich in unseren Runners Point Filialen bekommen oder direkt hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com.